Herzlich Willkommen, mein Name ist Markus Hoppitz und ich begrüße dich zu meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger, wir sind mittlerweile bei der 6. Lektion angekommen und wollen hier ansprechen, PHP im HTML5 Grundgerüst, du hast dich ja schon mit HTML beschäftigt, gewisse Vorkenntnisse an HTML brauchen wir ja, um PHP arbeiten zu können. Hier nochmal der Hinweis, ich habe hier auch einen eigenen HTML5 Lehrgang, wenn man da herklickt, kommt man hier zum HTML5 Lehrgang, der ähnlich aufgebaut ist, über die Homepage wirlehrern.at erreichen wir ihn dann hier über diesen Link. Aber zurück jetzt zu unserem PHP Lehrgang, schauen wir uns das jetzt hier an, hier haben wir das sogenannte HTML Grundgerüst, ohne Zeilnummern sehen wir das dann hier, und eingeleitet wird das Ganze hier mit dem sogenannten Doctype, und der Doctype bedeutet, das sind also HTML-Code und da drin ist dieser PHP-Code, und der Doctype bedeutet, dass es sich um ein HTML-Dokument handelt, also wenn man das in den Browser ladet weiß, dann der Browser, dass es hier ein HTML-Dokument ist, und wenn man eben PHP-Zeilen einfügen möchte, dann machen wir es immer innerhalb des sogenannten BodyTags. Wenn das jetzt hier zum Beispiel mir angezeigt haben möchte, dann schaut das hier dann so aus, Hallo, ich bin PHP-Script, das wird dann hier erzeugt, und man sieht dann im Prinzip nur das, was innerhalb des PolyTags steht, und hier mit ECHO in dem Fall ausgegeben wurde. Wenn ich mir das einmal hier mitnehmen würde, kriege ich mir hier den gesamten Quell-Lext hier kopieren, gehe wieder bei Script-Click hinein, füge das hier rein, schaut das jetzt hier so aus, habe hier das entsprechende Liste, kann es dann hier speichern, ich speichere jetzt alles unter PHP-Listing, PHP, könntest du mir jetzt hier zum Beispiel so anzeigen lassen, und so schaut das dann aus. Ja, soweit dann also dieses HTML-Grundgerüst, PHP-Code schreibt man immer, das ist das Wichtigste hier zwischen die BodyTags per HTML hinein, und hier siehst du ein Beispiel für das HTML5-Grundgerüst. Soweit also dann dieser Hinweis, und versuche euch hier unten diese Aufgabenstellung dann noch zu lösen, um das, was wir hier gemacht haben, noch mal zu verfestigen. Vielen Dank. Vielen Dank.